wieder weiter aber Mario Kalle ich muss schnell drücken bevor ich rausgeschmissen werde Mario Kart wie ich hab richtig Bock grad Löff grad gut hab wo ich mich eben mit diesem Saber sauber aufgerechnet der ist immer noch drin mit seine 5000 Punkte will der mich veräppeln oder was die Babs ist dazugekommen mit 8000 Punkten cool der will mich veräppeln mit seine 5000 wer hat das wieder Regenbogenmuller wahrgenommen den will ich nicht mehr den hatten wir jetzt erst jetzt haben wir genug Regenbogen gesehen ne wenn ich Regenbogen sehen will mach ich meinen Jeff Hardy Ordner auf und guck mir meine weiß ich wie viele tausende Bilder an von ihm meine über 20.000 mittlerweile glaube ich sehe genug Regenbogen glaube ich wenn Jeff das wüsste dass ich so viele Bilder von ihm hab und Videos und so was würde der von mir halten würde ich der würde mich verrückt erklären oder als größten Fan bezeichnen hihi habe ich mir dafür was verdient ich hab mir mindestens Kuss dafür verdient hihi ich hab viel Zeit investiert ja wer wer was ist denn hier los bitte warte das gefällt mir nicht wenn das heißt warten gleich disconnect mein Stick hat darauf gehört zu blinken das ist nicht gut los disconnecte mich gibts mir instant das kann noch Jahre dauern ja Stunden tja Jeff falls du das mitkriegen solltest was ich natürlich beim besten Willen ich glaube ich hab mir doch ein Küsschen verdient das Mindeste ey hallo ja das sieht irgendwie scheiße aus würde ich mal sagen da wären wir schon neun ja und dann sowas ich glaub da sind hier noch alles ich glaube da passiert noch nix mehr ha doch tatsächlich Wahnsinn ich will grad schon Cut machen Och ne das auch noch meine Güte nein Ne ne Wieso wieso Oh, hundert, na gut. Und es dauert wieder so lang. Ich habe das Gefühl, das liegt an mir, dass das nicht geht. Mein Stick hat auch vollkommen das Blinken aufgegeben, was er normalerweise macht, wenn er Internetverbindungen hat. Hier blinkt aber gar nichts mehr, er blinkt nur noch meine Festplatte. Selbst wenn es nochmal laufen sollte, werde ich Disconnect kriegen. Bin ich ganz sicher. Oder ich kriege ihn jetzt. Oh, mal gucken, ob es den haut. Was ich sehr stark bezweifle. Da werde ich irgendwann wieder mitten im Kurs einen Disconnect haben. Da gehe ich ziemlich stark von aus. Rosa, lach nicht so. Rosalina. Yeah, Rosa, Rosa. Puta Rosa, Rentsch. Rüber da. Halt, du Wiggler. Wieso bin ich nicht gesprungen? Fahr. Hui. Da muss einer reinfahren, sonst fahre ich nachher rein. Schade. Den hätte ich mitnehmen können, aber ich bin gerade ungehindert Erster. Zweiter ist dieser D. Jetzt muss diese Ilse noch sein. Wer denn noch drin ist? Ich habe mir aufgepasst. Wow. Wow, Luma. Wieso lacht eigentlich der Luma nicht, der Kleine? Oh, da ist keiner reingefahren. Okay. Ich habe es auch nicht getan. Man hat es ja letztes Früh auch gesehen. Ich habe ihn blöd platziert, ja. 59 Sekunden für die zweite Runde vom Blätterwald, eh. Ist das nicht... Klasse. Es geht bestimmt schneller, aber für mich ist das nicht übel. Natürlich muss mir das passieren. Das war ja so klar. Wieso eigentlich in meiner letzten Runde? Da wäre man die ganze Zeit total ungehindert vor sich hin. Ja. Ja. Einmal Bams, Bams, Kabooms. Alter, jetzt fahr. Wir hätten hier Bananenstrecke gelegt. Wird nix. Dieser Affe hinter mir. Scheiße. Baby Mario kann da reinfahren, wie er will. Das ist mir egal. Was mache ich denn? Ich würde mal ätter walten sollen. Yeah. Eingefahren. Depp. Bitte fahr, Hose. Bitte, bitte fahr. Bitte, bitte fahr, fahr. Wui, Yasta. Yay. Oh, wir haben fast sieben Minuten gebraucht für ein Rennen. Das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Gut, dass ich kein Disconnect hatte. Ich frage mich, was damit das dann gedauert hat, ehrlich. Oh, Babsi. Oh, Babsi. Der hat so 8000 Punkte gehabt, ne? Ei, ei, ei. Der hatte wohl Disconnect, nehme ich an. Natürlich noch ein Rennen. Insofern das hier alles schneller läuft. Sonst überlege ich es mir. Rennen wird vorbereitet. Yes. Es wird vorbereitet. Und Jazzy, Boy. Kathy selber Mario. Mario ist drin. Yay. Deborah und was weiß ich. Damit der liebe Mario sich hier sehen. Ja. Oh, nicht die Schikane, nicht die Schikane, bitte nicht die Schikane. Oh, nicht die Schalgei-Strand, oh mein Gott. Die drei deiner Mitte. Oh, schon wieder. Ich finde die Strecke ja toll, aber sie andauern zu sehen ist dann doch ein bisschen doof, ne? Ja, vielleicht gibt er Ruhe, wenn er seinen Willen gekriegt hat. Gnade euch Gott, wenn mich wieder einer runterschmeißt, dann gibt es echt richtig instant was auf die Fresse. Der hat irgendwie nicht getroffen, der Rote, ne? Oh, ist das passiert, ist das passiert, ist das schön. Das wird wieder nix. Na, na, na. Komisch, dass ich direkt auf der Regenbogenstrecke eigentlich immer prädestiniert dafür bin, vorne zu landen. Gerade hier, wo so wenig, äh, ja, wo eigentlich gar keine, äh, kein Rand ist. Keine Mauern, die dich aufhalten, wenn du mal scheiße fährst. Bei der N64-Strecke, boah, hab ich die gehasst. Und bei der vom Super Nintendo hast du Krebs gekriegt, ja? Augenkrebs. So viele Farben, wenn du zu lange hingeguckt hast. Ah, habst du eine Anfalle gekriegt. Boah, das war knapp. Da muss man mal so ein Idiot reinfahren, das gibt's doch nicht. Mal sehen, wo Mario und ich hinterher landen. Ich weiß gar nicht, welchen Mario jetzt hat. Welchen Fahrer er genommen hat. Ich weiß es nicht. Der, der den Kurs gewählt hat, der ist jetzt weiter, glaub ich. Ja? Bin ich nicht cool. Instant, yeah, Rosa. Noch eine Runde, dann haben wir's geschafft, yeah. Boah, jetzt ist sie da nicht reingefahren. Autsch, trifft's, ja? Ich hab so Vorsprung, ich kann, wenn jetzt nichts Dummes mehr passiert, eigentlich nicht mehr eingeholt werden. Hinter mir ist, ich glaube, der, der mich letztes Mal zwei Mal runtergeschmissen hat, ja? Der Sabber, oder wie der heißt. Sabber, Sabber. Das war nochmal zwei. Wo ist der dritte? Ich kann jetzt drüber lachen, weil ich scheiße Vorsprung hab. Aber so viel ist das auch nicht mehr. Der blöde Pinner kommt schon jetzt, sein Bördo. Nur gut, dass der anscheinend nicht weiß, wie man das Pau-Pau-Block abwehrt. Ich frag mich, wer ständig die Items an mir... Oh, ey. Wer ständig die Items an mir schmeißt. Es ist aber auch jetzt egal. Denn ich habe eindrucksvoll gewonnen. Ja. Yay! Sind wir nicht geil? Wir sind so geil, Rosa. Und ich fühle mich aufgedreht. Ich weiß nicht, warum. Weil ich heute und gestern so eine... Einstellung hab. Mir egal. Mir egal. Ich weiß gar nicht, warum auf einmal. Aber die Einstellung ist gut. Weil mir tatsächlich alles ein bisschen egal scheint. Macht hin. Vielleicht krieg ich noch ein Rennen unter, bevor ich dann cutten muss. Ey, wir haben schon... Das ist, was ich würde, wenn... Ja, zweiter geworden. Sauerbar. Mario Dritter, wie ich es richtig gesehen habe. Cool. Yeah, Treppchen der YouTuber. YouTubey. Yay. Es wird wieder vorbereitet. Ja, und meine Strecke ist ja eine kurze. Also dürfte das noch hinhauen. Bitte warte. Ich will aber nicht warten. Jetzt mach hin. Hier, ich drück mal ein. Jetzt mach. Wenn ich hier sagen, warten muss ich das schon wieder nicht. Da ist schon wieder einer drin, der so einen scheiß Connecten hat. Ich bin das jetzt nicht. Das kann nicht sein. Früher war ja wahrscheinlich diese... Diese Babsi da. Ja, 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 ja. Hopp. Hoppati hopp. Oh, Fragezeichen. Wenn da so eine kacke lange Strecke kommt, ne? Scheigeistrand ist auch nicht lang, okay. Marius Piste? Ja, lässt sich auch machen. Diese Fragezeichen, ne? Die setzen mir schon wieder zu. Ich will nicht nochmal cutten müssen. Beeilung. Oh, wer ist denn so eine Pussy, die nichts wählt? Natürlich, Fragezeichen. Dass diese Mellie da zugekommen ist. Oh, noch nicht mal mehr drei Minuten. Oh, gut. Das schafft man noch in der Zeit. Jetzt galt es nur noch zweieinhalb Minuten. Das muss zu schaffen sein. Hoffe ich mal. Ich weiß nicht, wie die Zeiten hier sind bei dem... Oh, 100er. 150 jetzt sein können. Nicht 100. Wieso knackst mein Grabber gerade so? Und ich kann nicht mal stoppen. Was hält mein Grabber für Probleme, dass er so knacken muss? Grabber, halt die Fresse. Grabber, halt die Fresse. Ey, Mario, wie geht's? Der Daisy, okay. Ein Manuel-Fahrer, offensichtlich. Und da das ja der gute Mario ist, mit dem ich öfters fahre, äh... Behalte ich mir einfach mal meine Items vor. Weil irgend so ein Spaß hinter mir ist. Oh, dieses Knacken nervt. Grabber, du nervst, wenn du mir jetzt auch noch pflücken gehst, ne? Ich hab kein Geld, um mir neuen zu kaufen. Ich kann mir noch nicht mal Skyward Sword holen. Wenn ich nicht Glück habe und mir irgendjemand zum 30. und mir zu meinem Geburtstag irgendwie Geld schenkt. Oh, das ist grad scheiße hier. Ich merk grad, dass mein Grabber übelse Verzögerung hat hier bei dem Rennen. Ja, scheiß drauf, egal. Ne, Mario. Scheiß, Grabber, halt's Maul. Bin ich froh, dass das dann noch vorbei ist. Ich muss mal gucken, was da läuft, warum das hier so spackt. Bitte nicht Zweiter werden. Ich will jetzt nicht mehr verlieren. Das ist meine Aufnahme, da hab ich zu gewinnen. Boah, gibt das ne Tonverzögerung, ey, das gefällt mir ja gar nicht. Grabber, was los mit dir? Hör auf zu spinnen. Was hat mein Rechner für Sorgen, dass er so eine Mist bauen muss jetzt? Sorry für das letzte Rennen, ich hab gewonnen, aber mit nicht gerade viel Spaß, weil es ja übelst spackt. Ja, Leute, ich erster, dann Mario Zweiter und ich mache einen Stopp und sage bis zum nächsten Mal bei Mario Kart Wii Online. Bye, bye.